Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wisseldorf Pempefort. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 35 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 790 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Die Wohnung befindet sich in Wisseldorf Pempefort. Im Allgemeinen Wisseldorf Pempefort.